Heute möchte ich euch ganz ein besonderes Produkt vorstellen. Und zwar ist dieses Dosenset in Kooperation mit der Firma Venco entstanden. Es sind ganz farbenfrohe und besondere Aufbewahrungsdosen für Küche, Bad oder Büro. Sie sind aus nachhaltiger Bambusfaser und daher plastikfrei und ab sofort im Onlineshop von Rolling Art oder Venco erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Perfekt geeignet sind die Dosen natürlich auch für eure Katzenleckerlis. So richtig schön. Danke schön. Bis zum nächsten Mal.